Bro, manche wären jetzt richtig down, wenn der Beziehungspartner einen verlassen hat. Aber du bist deswegen übelst gechillt. Wie? Es macht doch gar keinen Sinn, eine Person bei sich zu haben, die gar keinen Bock auf einen hat, oder? Ich versuche aus jeder Sache den maximalen Spaß rauszuziehen und fokussiere mich nicht um die schlechten Dinge. So mache ich das auch mit den Kommentaren.